Ein Silberring. Nice. Ähm. Danke. Okay. Krass. Tatsächlich. Was machst du denn hier? So draußen im Regen. Hast du in letzter Zeit mit Sigurd geredet? Wir sprechen hin und wieder. Warum? Ist dir eine Veränderung an ihm aufgefallen? Ein Verlust an Lebensfreude oder Gefühl? Er erscheint mir Gedankenverlorener. In sich gekehrt. Gedankenverloren? Das ist eher untertrieben. Er spricht gerade so, als ob ihm die Götter ins Ohr flüstern würden. Wir leben in seltsamen Zeiten, Evo. Unter seltsamen Leuten. Sigurd mag zu den Gesegneten gehören. Aber wir können es nicht sicher sagen. Allerdings. Ha. Ja. Wir werden jetzt zwei Sachen machen. Einmal. Bündniskarte. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Eins werden wir jetzt noch machen. Da gibt es 220. Ja komm, dann machen wir das hier. Was geht den Glow Orcastershire vor sich? Dir ist vielleicht aufgefallen, dass Gunnar aus seiner Schmiede verschwunden ist. Er reiste nach Glow Orcastershire, um eine Frau zu suchen. Eine Frau? Er ist verliebt. Was ist das denn passiert? Wann passiert das unserem treuen, liebestollen Schmied nicht? Aber es hat etwas Gutes. Er bittet dich, zu ihm zu stoßen. Um ihm bei seiner Suche zu helfen? Sorg dafür, dass er sich nicht zu peinlich aufführt. Ich glaube, er denkt, deine Anwesenheit stärkt sein Ansehen. Alles klar. Alles klar. So. So. Lass mal gucken. Auf der Weltkarte. An der Vereinigung der Flüsse Afenina und Temse. Ja, Temse ist da oben hier unten. Da, genau. Jetzt Afenna. Wie heißt das? Glow Orchester? Was ist doch hier oben? Da bin ich jetzt blöd. Hier. Hier ist das. Temse. Große Use. Ich bin verwirrt. Eine Vereinigung der Flüsse Afenina und Temse. Temse. Jetzt haben wir noch die Temse. Große Use. Komm. Afenina. Lol. Temse. Das ist hier. Aber. Ich würde gerne nochmal. Dahin reisen, wo wir eben waren. Wenn ich jetzt tausendprozentig wüsste, wo das war. Das war doch hier in der Gegend, oder? Ah. Aber ich wollte ja auch noch diese, diese Geister jagen. Also diese, diese, diese komischen Hexen. Was wir jetzt auch tun werden. Tatsächlich. Ich werde es nochmal versuchen. Ich will das unbedingt schaffen. Wenn wir die jetzt auf Anhieb finden. Ich weiß nämlich jetzt nicht hundertprozentig, wo die, wo die quasi hausen. Aber gut. Schauen wir uns das mal an. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. so guck mal jetzt noch mal auf die karte tatsächlich wenn die sich aufbaut danke so gucken wir doch mal wo wir jetzt einen der rüstungs teile finden können ist das nicht hier verwirrt bin nämlich gerade parallel gerade auf google absuchen weil ich nämlich rauszusuchen ist nämlich durchaus mühsam tatsächlich so bin ich jetzt blöd ich weiß auf jeden fall dass hier eine ist genau dann gibt es noch hier oder wo gerade am gucken das sieht mir danach aus dass es das die das eine ungefähr hier gibt ach schauen wir mal kann ja nur mehr schief gehen falsche kartenmarkierung das ganze zeit im hintergrund diese komische bedrohliche musik das macht mir bis zu schaffen tatsächlich da hinten die ganzen raben das genau in die richtung wo wir hin wollen das zusammenhängt also vorstellen kann ich es mir tatsächlich so suchen wir uns mal unsere ersten teile von tors rüstung zusammen unheilvoll aber ich will hoch danke ist hier wieder ein fluch ja ich glaube hier ist wieder ein fluch und wir sind ganz nah dran tatsächlich okay ist das ekelhaft mit diesen flüchen ich suche tatsächlich gerade nach einem eingang wenn wir aber scheinbar hier nicht finden aha weiß gerade nur dezent unkompliziert ich bin mal gespannt ob das jetzt nur ein soundpack ist oder ob die musik wirklich irgendwie was für uns bereithält so ah das sieht mir doch nach dem platz aus ja hier sind wir richtig so einmal Fähigkeiten Fähigkeiten einsetzen das eine was ich jetzt auch noch machen werde ist speichern definitiv speichern so weil wenn man dann doch die fresse kriegen das brauchen wir dann direkt hier okay irgendwo da bin mal gespannt was sich ein unrechtes schicksal zu das arme opfer ungezügelter wut oh nasenbluten nicht auf deines außer du reizt mich alles klar alles klar Alles klar, dann müssen wir es mal ein bisschen aufpassen Alles klar Und alles klar, jetzt brennt hier alles, läuft Okay Alles klar, läuft Das ist immer die mit Pfeilen, das ist auch okay Au, 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 au Gut, dass wir so viel Feuerresistenz haben Ekelhaft. Alter. Aua, 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 Alter. Okay. Nice. Torst Schlachtpanzer. Nice. Alter. Nice. War gerade mehr als nur spannend. So, die hätten wir schon mal. Truhenjäger. Wir haben schon wieder zwei Fertigkeitspunkte dafür bekommen. Finde ich tatsächlich ziemlich nice. Zack. Ähm, Welt. Die haben wir, aber das ist die böse, böse, böse Tante. Ganz, ganz böse. Irgendwo hier gibt es nämlich noch die zweite quasi. Aber es ist jetzt nur die Frage wo, weil ich erkenne das nämlich jetzt gerade nicht. Ich habe hier tatsächlich einen Teil der Karte offen, aber ich sehe es nicht. Mal ein bisschen ranzoomen. Okay. Ich habe tatsächlich jetzt wenig Ahnung. Weil die haben wir aufgedeckt. Die wird angezeigt. Die haben wir jetzt platt gemacht. So, und jetzt müssen wir die andere finden. Vielleicht ist das ja hier. Das sieht mir tatsächlich danach aus. Ja. Okay. Die nächste Rolle ist hier. Also. Zack. Und hier. Gut. Dann. Äh. Schnellreise dahin. Und dann gucken wir mal. Aber bevor wir gleich ins Schiff steigen, gucken wir uns mal die Torsrüstung an. Oder das Teil dafür, was wir bekommen haben. Und dann gucken wir mal. Wäre ja geil, wenn das klappen würde. Und dann holen wir uns das nächste Teil. Hoffentlich. Wenn das weiter so gut klappt wie gerade. Und die letzte Hex oder was das auch immer ist, ist ziemlich heftig. Das macht dann keinen Spaß. Oder nicht so viel. Sagen wir es mal so. Ja, schauen wir uns mal, dass wir mal uns die Rüstung von Thor zusammenstellen. Ist auf jeden Fall geil. Dass es sowas in diesem Spiel gibt. Gefällt mir persönlich sehr. Leider können wir dann noch nicht den Hammer aufheben. Aber dann haben wir wenigstens mal die Rüstung. So. Bevor wir jetzt losgehen. Inventar. Ich habe da was freigeschaltet. Thor's Rüstung. Oh. Die hat aber ganz schön. Geile Werte. Sieht nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. Geil. Stapelballen mal vier. Alles klar. Also es lohnt sich dann auf jeden Fall die restlichen Dinger davon zu sammeln. Die restlichen Rüstungsteile. Was wir jetzt natürlich auch tun werden. So, let's go. Auf zur Kartenmarkierung. Wie weit ist das der Weg? Der 1000 Meter. Das geht ja noch. Ist ja auf einer anderen Insel. Ja, ich will aber nicht blühen. Warum er auch immer gerade abgebrochen hat. Hey, 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 hey. Okay, holen wir uns jetzt erst mal das Rüstungsteil. Mal gucken, ob wir die letzte Schwester gekillt kriegen. Ich bin da zwar tatsächlich nicht allzu gute Dinge, aber mal gucken. Oh, die letzte Schwester, die hat sich ja die letzten paar Mal richtig gut zurück. Oh, was ist denn hier los? Ich will doch nur dem Fluss folgen. Okay. Mal gucken.